Am Ufer des Tigris pulsierte vor tausend Jahren eine Stadt, die als Weltmetropole galt. Bagdad, der Big Apple des Orients. Alte Chroniken berichten von der prachtvollen Stadt. Und von den Konkubinen des Kalifen, die als schönste Frauen des Orients galten. Es ist das goldene Zeitalter eines Imperiums, an dessen Anfang eine neue Religion steht. Der Islam. Sultane, Kalifen, Haremsdamen, Scheherazade. Das ist so das, was mir einfällt, wenn ich an das Morgenland denke. An den Orient. Klischees, ja. Klischees aus tausend und einer Nacht. Kinder lieben solche Geschichten. Und nicht nur Kinder. Als sindbarte Seefahrer die Welt erobern. Mit Alibaba und den 40 Räubern durch die Wüste reiten. Und dann das hier. Aladdins Wunderlampe. Man braucht bloß ein bisschen dran zu reiben. Und schon erscheint ein Djinn. Ein guter Geist. Der macht dann alles, was man will. Nun, das ist natürlich pure Fantasie. Reiner Aberglaube. Wir Erwachsenen Europäer wissen längst, Gespenste gibt es nicht. Wir halten uns für rational. Und den Orient für hoffnungslos fabulierlustig. Aber einst, da war das Abendland voller Bewunderung für das Morgenland. Für das glänzende Imperium der Kaliven. Gute tausend Jahre ist das her. Und ganz erstaunlich, alles beginnt mit einer schweren Krise. Der Anfang dieser Erfolgsstory sieht ganz so aus wie ein Ende. Im Juni 632 wird ein Mann beerdigt, der die Geschichte Arabiens wie kein anderer verändert hat. Der Prophet Mohammed ist einem Fieber erlegen und hat Verzweiflung und Tränen hinterlassen. Er war es, der den Menschen eine göttliche Offenbarung gebracht hatte und so zum Anführer der vielen arabischen Stämme wurde. Bis zu diesem Tag hielt man ihn für fast unsterblich. Nun beerdigen sie ihn im Hof eines schlichten Lehmhauses. Die Geschichte des Islam könnte mit seinem Tod zu Ende sein. Aber heute steht über Mohammeds Grab eines der größten religiösen Zentren der Welt. Etwa zweieinhalb Millionen Menschen pilgern jedes Jahr nach Medina, im heutigen Saudi-Arabien. Der Islam ist eine Weltreligion geworden, aber die Geschichte seiner Ausbreitung gibt bis heute Rätsel auf. Wir wissen, dass es im Jahr 632, als der Prophet starb, kein islamisches Reich gegeben hat. Wenn überhaupt ein islamischer Staat existierte, dann beschränkte er sich auf Mekka, Medina und das heutige Saudi-Arabien. Aber wir können absolut sicher sein, dass nur 100 Jahre später Muslime den gesamten vorderen Orient beherrschten, dass sie in Spanien und am Atlantik stammten und in Pakistan und Zentralasien. Etwas muss also passiert sein. Aber was war es? Die Spurensuche beginnt hier, im 7. Jahrhundert. Mit einem handfesten Streit. Ein Streit darüber, wer Mohammeds rechtmäßiger Nachfolger sei. Denn der Prophet hatte es zu Lebzeiten versäumt, einen Erben zu benennen. Und ohne Anführer steht die Einheit der arabischen Stämme auf dem Spiel. Er hat die besten Chancen im Machtpoker. Abu Bakr, ein Schwiegervater Mohammeds und sein Vertrauter. Unter den Augen des Volkes einigt man sich schließlich. Sie nennen ihn Khalifa, das heißt Nachfolger. Der Khalifa, der Kalif, soll Mohammeds Werk fortführen, mit dem Schwert des Propheten die Stämme zusammenhalten. Der Lebensraum der arabischen Stämme ist heiß und karg. Das aber hat die Menschen nicht am Aufbau einer einzigartigen Kultur gehindert. Antike Karawanenstädte wie Palmira in Syrien zeugen noch heute vom Triumph des Menschen über die Trockenheit. Die Wüste ist den Menschen ein guter Lehrmeister. Sie lehrt sie beweglich zu sein, nach neuen Überlebenschancen zu suchen. Seit dem Altertum treiben die arabischen Stämme Handel entlang großer Karawanenrouten. Die Menschen lernen, große Distanzen zu überbrücken. Dank eines Transportmittels, das in der Wüste bis heute wohl unübertroffen ist. Das Dromedar, auch arabisches Kamel genannt. Die Vereinigung der arabischen Stämme mündet in eine Völkerwanderung. Auf der Suche nach neuem Lebensraum und Ressourcen ziehen sie im 7. Jahrhundert nach Norden. Immer weiter nach Norden. Später werden die arabischen Chronisten diese Wanderung als Siegeszug des Islam beschreiben. Und die Sichel des Mondes, die ihnen auf ihrem Weg leuchtet, wird später zum Symbol des Islamischen Imperiums. Eines Reiches, das sich bald über drei Kontinente erstrecken wird. Einen Großteil der bekannten Welt. Aber bis dahin ist der Weg noch voller Hindernisse. Die geeinte Armee der Stämme stößt schon schnell auf die Truppen eines Imperiums, das dieses Gebiet bereits seit über drei Jahrhunderten beherrscht. Das christliche Byzanz. Die gut gedrillte Armee der Byzantiner hat den neuen Gegner unterschätzt. Im Jahr 636 unterliegen sie ihren Angreifern im Tal von Jamuk, im heutigen Jordanien. Über den genauen Verlauf der Schlacht gibt es kaum zuverlässige Quellen. Fest steht nur, dass die Araber wenige Jahre später den gesamten Nahen Osten kontrollieren. Damaskus, schon in byzantinischer Zeit eine bedeutende Stadt, wird zur neuen Residenz der arabischen Eroberer. Und eine prachtvolle Moschee markiert den Beginn einer neuen Epoche. Die Umayyaden-Moschee von Damaskus zählt bis heute zu den spektakulärsten Bauwerken des Islam. Mit ihr war das weithin sichtbare Zeichen gesetzt für einen neuen Staat. Einen Staat der Araber. Was ist eigentlich ein Staat? Naja, wir kennen das ja. Eine Vereinigung von Menschen unter einer Herrschaftsordnung oder so ähnlich. Ordnung. Das ist das entscheidende Kriterium. Und natürlich eine Regierung, die sagt, wo es lang geht. Aber woher soll das Volk wissen, wer da gerade am Ruder ist? Nun, es wird ihm vor Augen geführt. Mit einem Münzporträt zum Beispiel. Auf dieser Münze ist das Abbild eines gewissen Abdelmalek. Dieser Abdelmalek lässt sich nicht nur selbst abbilden, sondern präsentiert auch gleich sein ganzes politisches Programm. An seinem rechten Arm hängt die Peitsche, die ist gedacht für aufmüpfige Untertanen, und in der Hand hält er das Schwert, um gegen die Feinde des Islam zu kämpfen. Abdelmalek stellt sich als absoluten Herrscher dar. Aber wie das mal so ist mit politischen Programmen, vieles ist da bloßes Wunschdenken. In Wirklichkeit ist Abdelmalek nur so etwas wie ein Vorstandsvorsitzender. Denn er muss auf die anderen kleinen Chefs Rücksicht nehmen. Und wenn er sich wirklich gegen die vielen, vielen Stimmen durchsetzen will, dann braucht er etwas, was nur nach seiner Pfeife tanzt. Und das tut eine gute Verwaltung. Das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Der kluge Abdelmalek übernimmt einfach den ganzen Beamtenapparat der christlichen Byzantiner und damit auch deren christliches Markenzeichen, das Kreuz. Aber ganz so katholisch will Abdelmalek, der islamische Herrscher, dann natürlich doch nicht sein. Also lässt er einfach den Querbalken des Kreuzes von den Münzmachern wegretuschieren. Ein Stab ist nun das neue Staatssymbol. Tja, so einfach kann es sein, wenn man einen christlichen Staat in ein islamisches Imperium verwandeln möchte. Kein Kalif der Frühzeit des Islam treibt den Aufbau des Imperiums so entschlossen voran wie er, Abdelmalek ibn Marwan. Mit 39 Jahren hat er die Herrschaft der eroberten Gebiete übernommen. Er stammt aus einem mächtigen arabischen Clan, dem der Umayyaden. Schnelligkeit und das taktische Geschick eines Jägers sind in seiner Position gefordert. Denn auch das lehrt die Wüste. Jeder Fehltritt kann hier das Leben kosten. Und der Kalif hat viele Feinde. Nur auf wenige Getreue kann er sich verlassen. Einige Kameraden, die ihn bei seinem Lieblingssport begleiten dürfen, der jagt. Abdelmalek ist ein Herrscher, der noch ganz zwischen Wüste und Palast lebt. Einerseits mächtiger Führer, andererseits ein fröhlicher Sohn der Natur, der einen ganz einfachen Lebensstil pflegt. Den Lebensstil eines freien Beduinen. Äußerlich ist Abdelmalek weder groß noch stark. Und eine besonders schöne Gestalt wurde ihm auch nicht geschenkt. Dafür aber ist er ein Visionär. Im gleißenden Licht der Wüstensonne muss ihm die große Idee gekommen sein. Die Idee zu einer sonnenleuchtenden Pilgerstätte in Jerusalem. Der Felsendom überragt seitdem den Tempelberg der Stadt, die auch Christen und Juden heilig ist. Eine der ältesten islamischen Inschriften zeugt von Abdelmaliks Plan, Arabisch zur Sprache des Neuen Reiches zu machen. Und die Legende erzählt, dass einst von hier aus der Prophet Mohammed zu einer Reise in den Himmel aufbrach. Damit wird Jerusalem das dritte große Heiligtum in der Geschichte des Islam. Nach Medina, der Grabstätte Mohammeds, und Mekka, der Geburtsstadt des Propheten. Die Kaaba, die würfelförmige Kultstätte aus uralter Zeit, gilt als das spirituelle Zentrum des Islam. Aus allen Teilen der Welt kommen die Pilger nach Mekka, und zwar seit Jahrhunderten. Es gehört zur religiösen Pflicht eines jeden Muslims, nach Mekka zu pilgern, und zwar mindestens einmal im Leben. Und auch wenn dieser Ort weit entfernt vom politischen Geschehen ist, wäre es fatal für den Kalifen, wenn er darüber keine Kontrolle hätte. Aber genau das ist Abdelmaliks Problem. Die Geburtsstadt des Propheten lehnt sich gegen ihn auf. Die selbstbewussten Bewohner Mekkas bestreiten, dass er der wahre Erbe Mohammed sei. Sie wollen nicht mehr den Befehlen aus dem fernen Damaskus gehorchen. Ein riskantes Spiel. Für beide Seiten. Denn ein Kalif, der nicht alle Muslime zu einen vermag, ist keiner. Abdelmalik weiß, Mekka muss um jeden Preis unterworfen werden, sonst sind die Fundamente seiner Macht bedroht. Im Jahre 691 marschieren seine Truppen auf und belagern die Stadt. Schwere Waffentechnik kommt zum Einsatz, ein riesiges Katapult, eine Erfindung, die die Araber von den Byzantinern übernommen haben. Der psychologische Effekt dieser Kriegsmaschine ist ebenso verheerend wie die Wirkung der schweren Pechkugeln, die herbeigeschleppt werden, um als brennende Geschosse zu dienen. Immer mehr Männer laufen zu den Belagerern über und Mekka wird im Handstreich genommen. Im Namen Allah wird mit Schwert und Feuer die Einheit des Kalifenreichs wiederhergestellt. Für die siegreiche Dynastie der Umayyaden bricht nun eine goldene Zeit an, die gut 50 Jahre währt. In den Burgen und Jagdschlössern der syrischen Wüste leben Abdelmaliks Nachfolger wie Könige, in so anmutigen Palästen wie dem von Kuser Amra im heutigen Jordanien. Aus Stammesführern sind Schlossbesitzer geworden. Und die Wandmalereien von einst lassen erahnen, wie prachtvoll und genussreich das Leben der Kalifen damals war. Aber Wohlstand und Luxus versperren oft den Blick für die Wirklichkeit des Lebens. Es brodelt in der Armee, einst die sichere Stütze des Regimes. Die Eroberungen an der Ostgrenze des Reiches haben diese Männer zu harten Berufskriegern gemacht. Viele dieser Soldaten sind ursprünglich Perser, die zum Islam übergetreten sind. Aber längst nicht die Privilegien der alten arabischen Elite genießen. Sie sind es leid, sich die Hände schmutzig zu machen für die feinen Herren in Damaskus. Abu Muslin heißt der persische Offizier, der mit einer spektakulären Aktion den Putsch auslöst. Sein weißes Gewand, das Zeichen der Umayyaden-Dynastie, taucht er vor den Augen der revoltierenden Soldaten in schwarze Farbe. Ein Zeichen der Rebellion, das Schule macht. Das schwarze Banner wird jetzt das neue Symbol des islamischen Vielvölkerstaats. Schwarz, das ist im Orient nicht die Farbe der Trauer, das ist die Farbe der Revolution, die Farbe des Aufbruchs. Das höchste Heiligtum des Islam, die Kaaba von Mekka, ist bis heute in ein schwarzes Tuch gehüllt. Sie sehen es da, das Riesengebäude. Aber was werfen die Revolutionäre den Umayyaden eigentlich vor? Kurz gesagt, ihren schlechten Lebensstil. Vor allem die Trunksucht am Hofe. Im Koran, 5. Sure, Vers 90, heißt es dazu ganz klar, der Rausch und das Glücksspiel, beides ist Teufelswerk. Aber wie so oft, die Gründe für den Aufstand sind eher vorgeschoben. Denn getrunken und gespielt wurde im Kalifenhof vorher und nachher. Nein, hinter dem Putsch stehen ganz andere, ganz handfeste Interessen. Es geht um die Streitfrage, die den Islam von Anfang an begleitet. Wer ist der rechtmäßige Nachfolger Mohammeds? Wer wird Kalif? Die stärksten Clans versuchen ihre Kandidaten durchzusetzen. Und im 9. Jahrhundert sind es zwei junge Brüder, die die besten Chancen haben. Amin, aus dem Geschlecht der Abassiden, ist als Ehrein. Erster vom Vater aus ersehen, einst Kalif zu werden. Den ganzen Koran muss er auswendig lernen. Gottes Wort in seinem Herzen soll ihn legitimieren. Aber Amin hat starke Konkurrenz. Sein Halbbruder Mamun ist ein fleißigerer Schüler, ehrgeiziger und cleverer. Ein kindlicher Wettstreit zwischen ungleichen Brüdern mit furchtbarer Konsequenz. Einige Jahre später wird Mamun ein erwachsener Mann sein und den abgeschlagenen Kopf seines Bruders in den Händen halten. Rücksichtslos, durchsetzungsstark, kühl berechnend. Mamun ist ein gewiefter Machtpolitiker. Obwohl sein Anspruch auf das Kalifat umstritten ist, hat er schon mit 26 Jahren die Macht an sich gerissen. Und er beherrscht längst die Farbenlehre des Imperiums. Grün ist jetzt das Erkennungszeichen derer, die sich auf die Blutlinie Mohammeds und seines Schwiegersohns Ali berufen. Ihr Familienschatz ist Alis Schwert mit Doppelklänge. Der Angesehenste unter ihnen heißt Ali Reza. Mit seiner Hilfe hat Mamun den Bruderkrieg für sich entschieden. Dafür will er Ali Reza an der Herrschaft beteiligen. Aber nach errungenem Sieg wird das Versprechen dem Kalifen lästig. In einem Militärlager im östlichen Iran stirbt Ali Reza wenig später. Die Todesursache wird nie geklärt. Bis heute gilt Ali Reza als Opfer Mamuns. Vor allem bei der Glaubensgemeinschaft der Schiiten wird er heute noch als Achter Imam, als Heiliger verehrt. Aber sein Tod macht deutlich, dass sich die islamischen Realpolitiker im Reich schon im 9. Jahrhundert an ganz anderen Maßstäben orientierten als nur am Vorbild Mohammed. Wie führt man eine Monarchie und was tun große Könige? Als man sich diese Fragen stellte, da blickte man natürlich auf das Beispiel Mohammeds. Aber das genügte nicht. Vor allem orientierte sich der Kalif jetzt am Vorbild der alten persischen Könige. Die Gräber und Reliefs der persischen Könige im heutigen Iran zeugen von Glanz und Größe eines alten, vorislamischen Reiches. Die arabischen Eroberer veränderten zwar die Herrschaftsverhältnisse, aber die alte Kultur, in die sie eintraten, veränderte auch sie. Das Zentrum ihres Reiches hat sich immer mehr nach Osten verschoben, in das Herz des Alten Orients, nach Mesopotamien, dem Land zwischen Euphrat und Tigris. Schon zur Zeit der Perser war das Zwei-Strom-Land ein Knotenpunkt des Welthandels. Hier kreuzten sich Karawanenrouten aus aller Herren Länder. Am Ufer des Tigris gründen die Kalifen nun eine Stadt, die nicht zufällig einen alten persischen Namen trägt. Ein Name, der alle Wohltat ausdrückt, die von diesem lebensspendenden Wasser ausgeht. Bagdad, das heißt Geschenk Gottes. Auf dem Fluss tanzen chinesische Junken neben assyrischen Flößen, schwärmt ein Chronist. Und in der kreisrunden Stadt liegen wunderbare Gärten, Villen, Bazaare, kunstvoll erbaute Moscheen und Badehäuser. Der Palast des Kalifen befindet sich inmitten eines Parks, den zu umlaufen ein Mann mehrere Stunden braucht. Die Verschmelzung uralter Kulturen in einer großen Stadt prägt Bagdads Blütezeit. Das Wissen früherer Kulturen wird ins Arabische übersetzt und angewendet. Mehrere hundert Ärzte praktizieren in der Stadt. Eine pharmazeutische Akademie entsteht. Und schon im 9. Jahrhundert berechnen Mathematiker exakt den Verlauf des Mondes. Die Araber haben viel erfunden und die Erfindungen anderer Völker verbessert. Zum Beispiel Teppiche. In den Geschichten aus Tausende und einer Nacht können sie sogar fliegen. Aber das Wissen um diese Technologie ist wohl leider verloren gegangen. Nun, die wirklich revolutionären Erfindungen, die nie vergessen werden, die sind meistens ganz klein und auf den ersten Blick unauffällig. Unser geniales Zahlensystem zum Beispiel, das nennt man arabisch, weil es aus Arabien, aus dem Orient kommt. Und dieses System hat einen ganz besonderen Clou. Die Erfindung des Nichts. Ja, die Null. Eine ganz fantastische Erfindung. Denn die Araber haben uns gelehrt, dass das Nichts wirklich alles sein kann. Besonders, wenn es hinter einer Zahl steht. 10, 100, 1000 und so weiter. Die Null entscheidet, heute wie damals, als auch die Menschen in Bagdad beginnen, den Nullen hinterherzulaufen. Denn das aufblühende Welthandelszentrum zog vor allem zwei Berufsgruppen magisch an. Geschäftemacher und Ganoven. Über 300.000 Menschen leben Mitte des 9. Jahrhunderts in Bagdad. Und jeden Tag werden es mehr. Eine Millionenstadt entsteht. Auf den Basaren herrscht ein babylonisches Gewirr von Sprachen. Aber wenn es ums Geschäft geht, fällt die Verständigung nicht schwer. Die ökonomischen Interessen überwinden alle Sprachbarrieren. Kaufleute prägen das Gesicht dieser neuen, modernen Metropole. Und mit ihnen kommen die, die das große Publikum suchen. Wunderheiler, Magier, Gaukler und Betrüger. Die gängigste Betrugsmasche, falsche Gewichte. Die Stadtverwaltung setzt Marktaufseher ein, um die Wagen zu überprüfen und um diejenigen aus der Menge zu fischen, die kostenlos einkaufen wollen. Der legendäre Dieb von Bagdad ist keine zufällige Erfindung von Märchenerzählern. Sondern er spiegelt eine soziale Realität wider. Bagdad ist berüchtigt als Metropode der Langfinger. Man nennt sie Banu Sasan. Es ist die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die für soziale Spannungen sorgt. Spannungen, die sich oft in weit schlimmeren Verbrechen entladen. Religiöse Fanatiker nutzen jede Gelegenheit, die Staatsmacht zu erschüttern. Und verschwinden unerkannt in der Anonymität der Großstadt. Die wohl berühmteste Märchensammlung der Welt erzählt vom aufregenden Leben in der Metropole. Tausend und eine Nacht. Ebenso wie in der Stadt selbst verschmelzen in diesen Märchen viele Kulturen, uralte Geschichten aus Persien und sogar Indien. In Bagdad werden sie weitergesponnen und zu Papier gebracht. Auch der Kalif Mamun kommt darin vor. Der skrupellose Machtmensch, der keinen Widerspruch duldet und an dessen Seite im Kalifenpalast stets der Henker steht. Mamun, der sich aber andererseits auch mit Philosophen umgibt und selbst als großer Denker gilt. Er pflegt einen Lebensstil nach altpersischer Königssitte. Wer vor ihn tritt, muss sich auf den Boden niederwerfen und später tief gebeugt den Rückzug antreten. Das gilt für die Bittsteller ebenso wie für die Diener, aber auch für die Konkubinen des Kalifen. Unter ihnen sind schöne Perserinnen, die nicht zufällig einer sagenhaften persischen Märchenheldin ähneln. Der Erzählerin der Geschichten aus Tausend und einer Nacht, Scherazade. Die ihrem sicheren Tod nur dadurch entging, dass sie jede Nacht eine neue Begebenheit erfand. Sie hat die Maler aller Zeiten inspiriert. Scherazade, vielleicht die größte Geschichtenerzählerin, die es je gab. Die Erfinderin der tausend und einteiligen Telenovela, wenn Sie so wollen. Schon lange bevor es Fernsehen gab, in Bagdad, boom, das Gewerbe der Geschichtenerzähler und dass der Buchhändler alles ist auf dem Bagdader Büchermarkt zu graben. Religiöse Werke, neueste medizinische Fachliteratur, Philosophen, sogar Satire und Lyrik. Dieser uralte Katalog eines Bagdader Bücherwurms verzeichnet über 1500 Titel. Alle jederzeit lieferbar. Die Bibliomanie grassiert in Bagdad und sie kann sogar tödlich sein. Von dem Dichter Chais wird berichtet, dass er von seinem Bücherschatz erschlagen wurde. Er hat nämlich die Regale in seinem Zimmer, die vielen Bücher nicht mehr tragen konnten und über ihm zusammenbrachen. Das ist der Star der Bagdader Intellektuellen und Literaten-Szene. Der hier, Aristoteles. Damals schon seit über 1000 Jahren tot, aber immer noch ein Idol. Dem Kalifen Mamun soll er im Traum erschienen sein und dem Herrscher Gedankenfreiheit verordnet haben. Naja, Gedankenfreiheit für ihn, den Kalifen natürlich. Für alle anderen wohl weniger. Das ist die dunkle Seite des goldenen Zeitalters. Der Kalif Mamun wird Erfinder einer Praxis, die in der islamischen Geschichte bis dahin unbekannt war. Inquisition, die Durchsetzung eines religiösen Dogmas mit Gewalt. Und Mamuns bekanntester Delinquent ist er, der Theologe Ahmad ibn Hanbal. Immer wieder lässt Mamun ihn foltern, um ihn zum Widerruf zu zwingen. Denn ibn Hanbal spricht dem Kalifen das Recht ab, den Koran auszulegen. Mamun sei nur ein politischer Führer und kein Schriftgelehrter. Der Streit entzündet sich am Koran. Ibn Hanbal hält ihn für ewig und perfekt. Mamun hingegen nennt den Koran ein Geschöpf Gottes, das nicht größer ist als die Vernunft. Ibn Hanballs Zorn richtet sich auch gegen den lustvollen Lebenswandel des Kalifen, der nicht im Einklang mit der Schrift steht. Nun ja, der Kalif hatte viele Gespielinnen im Palast Harem zur Verfügung. Aber das gehörte unter den Eliten und mächtigen Männern des vorderen Orients eigentlich zum guten Ton. Dass ein Herrscher zu den Ehefrauen noch zahlreiche, sagen wir einmal, Konkubinen hat, ist eine Praxis, die sich wohl bis zu den Babyloniern zurückverfolgen lässt und sich fortsetzt bis ins 20. Jahrhundert. Und es galt damals eigentlich nicht als unvereinbar mit der islamischen Moral. Islam und Lustbarkeit sind zu Mamuns Zeit keine Widersprüche. Fast niemand kann zwischen der Welt des Palastes und der Stadt Bagdad hin und her wandeln. Nur die Krian, die Sängersklavinnen, genießen dieses Privileg. Diese Luxusprostituierten sind Meisterinnen der Verführung, Idealfiguren der Sinnlichkeit, speziell ausgebildet in allem, was Genuss verheißt. Gesang, Dichtkunst, Tanz und Kosmetik. Wenn der Teufel sonst keine Schlingen besäße, um einen Mann zu Fall zu bringen, schreibt der Dichter Jahis, so würden ihm die Sängersklavinnen wohl genügen. Ihre Anmut kennt nicht ihresgleichen. Sie rufen in einem Mann die gefährliche Liebeskrankheit hervor. Diese befällt zunächst den Geist und geht dann wie ein Fieber in den ganzen Körper über. Leidenschaft, so weiß der Dichter, ist eben eine schwere, kaum zu heilende Infektion. Mamun ist der Kalif der Leidenschaften, aber nicht nur des Körpers, sondern auch des Geistes. Im 23. Jahr seiner Herrschaft bricht er zu einer Reise in die Provinzen auf. Er will die Werke der großen Herrscher sehen, die vor ihm waren. Die Pyramiden von Gizeh faszinieren ihn. Mehr noch allerdings das, was sich in ihrem Inneren verbergen soll. Von einem riesigen Goldschatz wird gemunkelt. Kurzerhand lässt Mamun einen Tunnel in die Cheops-Pyramide schlagen. Den Schatz des Pharao findet er allerdings nicht. Aber Ägyptens Tempel und Ruinen erzählen ihm von den Geheimnissen einer untergegangenen Zivilisation. Als das antike Wissen wiederentdeckt wird, macht die islamisch-arabische Kultur einen enormen Sprung nach vorn. Das klassische Erbe wird eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Und das ist zu einem großen Teil Mamun zu verdanken. Seine Nachfolger waren, soweit wir wissen, keine großen Intellektuellen, aber andere Menschen haben an sein Vorbild angeknüpft. Noch heute ist der unverwechselbare Baustil der Abassiden in Ägypten zu bewundern. Aber die Moscheen sind Zeugen eines nur kurzen Intermezzos. Schon wenige Jahrzehnte nach Mamuns Tod übernehmen Provinzfürsten das politische Ruder. Und die zahlreichen Dynastien, die folgen, erkennen den Kalifen von Bagdad nur als Symbolfigur an, wenn überhaupt. Auf das, was in den ägyptischen Moscheen jetzt verkündet wird, haben die Kalifen kaum noch Einfluss. Ihre religiöse Führung wird Geschichte. Und die einstige Provinzstadt Fustat entfaltet sich zur neuen Metropole Kairo, der Stadt, die heute zum größten Ballungszentrum der arabischen Welt herangewachsen ist. Das islamische Großreich zerfällt. Ob hier in Nordafrika oder dort im äußersten Westen oder in Ägypten oder in Syrien oder auch in den Steppen Zentralasiens. Überall passiert das Gleiche. Gouverneure und Generäle übernehmen die Macht. Die Landesfürsten bezeichnen sich als Sultane. Politisch ist der Kalif nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber auf dem Papier existiert das Imperium noch. Ja, das Amt des Kalifen besteht bis 1924. Das mag ja widersprüchlich klingen, aber vielleicht war gerade der Zerfall in Kleinstaaten der Grund dafür, dass die Einheitsidee so lange Bestand hatte. Selbsterhalt durch Selbstauflösung sozusagen. Oder war die Existenz des islamischen Imperiums vielleicht von Anfang an nur eine politische Illusion? Ein echtes Märchen aus Tausend und einer Nacht? Nein, es gibt wirklich etwas, was dieses Reich zusammengehalten hat. Der besondere orientalische Lebensstil. Und dafür steht ein Symbol. Ein lebendiges Symbol. Der Falke. Er steht für Freiheit, Eleganz, Kühnheit, Angriffslust, Männlichkeit. Symbol für ein Lebensmodell. Und so ein tierisches Vorbild beeindruckt natürlich auch andere. Zum Beispiel die, die mit ganz anderen Absichten aus dem Norden kommen. Die Abendländer. Wieder ein Kulturaustausch, der mit furchtbaren Schwerthieben beginnt. Der Angriff der christlichen Kreuzritter hat die islamische Welt kalt erwischt. Die Männer aus dem fernen Norden waren von den Muslimen nie als ernsthafte Gefahr erkannt worden. Ihr päpstlicher Auftrag? Das Grab Jesu, den heiligsten Ort der Christenheit, aus der Hand der Muslime zu befreien. Im Jahr 1099 fällt die heilige Stadt. Christliche Gnade und Barmherzigkeit sind vergessene Worte bei diesem Kampf der Kulturen. Keiner hat jemals solches Morden gesehen, schreibt erschüttert ein fränkischer Chronist. Unsere Männer warteten bis zu den Knöcheln in Blut. Einen Tag und eine Nacht dauert das Massaker. Am Morgen danach liegen an die 30.000 Tote in den Straßen. Ihre christliche Pflicht haben sie erfüllt. Als Lohn dafür sind ihre Sünden vom Papst vergeben. Viele von ihnen werden in ihre Heimat zurückkehren. Einige aber werden bleiben. Hier und da entstehen christliche Fürstentümer. Krieg ist kein Zustand auf Dauer. Freund und Feind nähern sich an. Bald sieht man Franken auf Straßen und Märkten in den arabischen Städten. Die abendländischen Migranten lernen, das orientalische Leben zu schätzen. Das Spiel der Könige, Schach, wird zum beliebten Zeitvertreib. Ein Spiel, das wie kein anderes das Verhältnis zwischen den abendländischen und den muslimischen Fürsten widerspiegelt. Ein wechselseitiges Belauern und Beobachten. Und dann und wann ein überraschendes Schachmat. Doch am Ende werden die Christen im Kampf um die wirkliche Herrschaft unterliegen. Kaum 100 Jahre nach der Eroberung Jerusalems werden sie vertrieben. Die christlichen Fresken im Kloster Mar Musa, nördlich von Damaskus, sind wie ein Abgesang auf den mittelalterlichen Wahn eines befreiten, heiligen Landes. Sie beschwören die uralte christliche Sehnsucht nach der Auferstehung am jüngsten Tag. Zurückgelassene Sehnsüchte aus einer Epoche, in der die Liebesbotschaft Jesu, ebenso wie das Friedensgebot des Islam, mit Blut und Schwert entstellt wurden. Die Burgen der muslimischen Fürsten in Syrien und Palästina zeugen vom neu erstarkten Selbstbewusstsein. Aber auch davon, dass der Bruch zwischen Morgen- und Abendland so heftig war, dass dieser Konflikt bis in unsere Gegenwart ausstrahlt. Auch der Kalif von Bagdad ist durch die Zersplitterung seiner Einflussgebiete in eine aussichtslose Lage geraten. Aus Angst vor Aufständischen und Konkurrenten haben sich die Herrscher am Tigris mit türkischen Söldnern umgeben. Keine gute Idee. Denn nach und nach haben die Militärs den Kalifen isoliert. Wie ein kostbares Heiligtum wird er den Blicken der Sterblichen entzogen. Und ohne die Erlaubnis der Runter gelangt niemand hierher. Seine Herrschaft hat der Kalif längst verloren. Nur das pompöse Schauspiel bleibt. Aber auch dieser kleine Rest von Machtgefühl geht bald verloren. Und mit den fremden Reitern, die im Jahr 1258 in den Palast eindringen, wird auch das alte Bagdad untergehen. Kalif Al-Mustassim hat keine Mittel mehr, um sich und seinen Hof zu schützen. Das alte Hof zeremoniell, jetzt wird es von Pferdehufen zertrampelt. Hinter dem Reiter, der sich um Sitter und Anstand nicht schert, stehen hunderttausend Krieger. Der wilde Nomadenführer aus dem Osten stellt keine Bedingungen. Er ist gekommen, um zu vernichten. Es ist der mongole Hüla-Gü, ein Enkel des gefürchteten Genghis Khan. Hüla-Gü wird zum Totengräber des islamischen Weltreichs. Er wird den Kalifen schmählich zu Tode trampeln lassen. Und das stolze Bagdad macht er dem Erdboden gleich. Vom Kalifenreich bleibt dennoch nicht nur Asche, ganz im Gegenteil. Die islamische Religion überlebt und die islamische Kultur, die sich immer weiter nach Osten verbreitet, in die Steppen Zentralasiens. Ursprünglich sind die mongolen heidnische Nomaden aus der Steppe, die keine Verwendung für schöne Künste und Zivilisation haben. Städte erscheinen ihnen nur als Verschwendung guten Weidelands. Was sie interessiert, ist Gras für Pferde und Vieh, alles andere wird niedergerannt. Aber schon ein paar Generationen nach dem Ende der Eroberungen entwickeln sie offenbar den Ehrgeiz, an die große staatliche Tradition des islamischen Orients anzuknöpfen. Unter der Herrschaft der Mongolen bricht eine neue Blüte orientalischer Kultur an. Die Eroberer aus der Steppe nehmen den Islam an und finden Gefallen am Lebensstil, der einst das Kalifenreich prägte. Im heutigen Usbekistan blühen die Mongolenstädte Bukhara und Samarkand. Die überwältigende Architektur zählt bis heute zu den schönsten Zeugnissen der Weltkultur Islam. Die Henker machen das Erbe der Gehenkten zu einer Weltkultur. Die Mongolen tragen den Islam bis in die fernsten Ecken Asiens. Weltweit sind es heute mehr als 1,5 Milliarden Menschen, die an dieses Buch, an den Koran, glauben. Es war eine Erfolgsgeschichte, nicht aber für das alte Zentrum des islamischen Imperiums. Bagdad wurde dem Erdboden gleichgemacht, ausgelöscht, bis auf den Namen. Aber allein der Name reichte aus, um Abenteurer, Wissenschaftler und Entdecker anzuziehen. Aber sie suchen vergebens. Was sie finden, ist schon damals eine Stadt, der es mehr um Gegenwart und Zukunft geht, als um das Erbe der Kalifen. Kein Ort für Orient-Romantiker. Ganz im Gegenteil. Eine Stadt der harten politischen Realitäten. Eine Stadt, die gut in die Geschichte des bluttrünstigen 20. Jahrhunderts passt. Dieser Mann, Sie kennen ihn, Saddam Hussein. Er wollte an das Erbe der Kaliven anknüpfen und Bagdad wieder zum Zentrum eines orientalischen Weltreichs machen. Von dort aus wollte er die arabische Welt anführen. Aber was herauskam, das waren Blut und Tränen. Ein politisches Desaster. Und eine Erkenntnis. Selbsternannte Kalifen passen nicht mehr in unsere Welt. Und es ist zum letzten Jahrhundert. Untertitelung des ZDF, 2020